Hi, mein Name ist Timo Ickenroth von www.deinschlagslehrer.de und ich begrüße dich herzlich zur Warm-Up-Reihe Craig Blundell Independence Exercises. Lass uns starten. Die Craig Blundell Independence Warm-Up-Reihe habe ich in vier Sektionen aufgeteilt. Heute also Sektion 1, es werden nur die Füße zum Einsatz kommen. Eure Hände haben also schon mal nichts zu tun. Aber wer ist überhaupt Craig Blundell? Craig Blundell ist ein englischer Progressive Rock Drummer, der sich einen Namen gemacht hat. Zuletzt war er mit Steve Wilson auf Tour, hat auch da eine DVD produziert und der ist wirklich in der englischen Szene super, super aktiv. Und ich hatte die große Freude, mit ihm ein paar Jahre lang auf der Musikmesse in Frankfurt zusammenarbeiten zu dürfen und habe ihn mir eines Tages geschnappt und wollte von ihm ein paar Tipps und Tricks haben. Und herausgekommen ist dabei unter anderem eben diese Warm-Up-Reihe. Und Independence meint nichts anderes als Unabhängigkeit. Das ist ja für uns Schlagzeuger ein großes Thema, Unabhängigkeit. Heute, wie gesagt, sind es nur die Füße. Das heißt, relativ einfache Unabhängigkeit. Aber wie gesagt, die Serie habe ich in vier Parts unterteilt. Und am Schluss wird es dann doch schon wahrscheinlich für den einen oder anderen eine ganz schöne Nuss werden. Wie gesagt, heute erstmal nur die Füße. Mein rechter Fuß steht auf dem Bassdrum-Pedal, mein linker Fuß auf dem Hi-Hat-Pedal. Wer möchte, und der hat eine Doppelfußmaschine oder eine zweite Bassdrum, kann den linken Fuß natürlich auch dort draufstellen. Das spielt keine Rolle. Ganz wichtig ist immer, Präzision geht vor Geschwindigkeit. Deswegen, wenn wir alle Übungen heute langsam in Tempo 60 machen, und wer möchte, der kann natürlich das Tempo dann nach seinen Bedürfnissen steigern. Und wem das noch zu schnell ist, der macht es natürlich langsamer. Es ist keine Schande. Fangen wir an mit Independence 1. Das PDF könnt ihr euch übrigens auf www.deinschlagzeuglehrer.de in der Shop-Rubrik Warm-Ups herunterladen. Die erste Übung ist mega basic-mäßig. Bedeutet, ich mache wirklich nur den rechten und den linken Fuß abwechselnd. In meinem Fall ist es also die Bassdrum und die Hi-Hat einfach nacheinander, wie spazieren gehen. Einen Fuß vor den anderen sitzen. Und ich mache das mit einem Metronomen. Ich gehe mal auf Tempo 60. Und der rechte Fuß ist dann immer mit dem Klick zusammen. Und der linke Fuß ist dann immer zwischen dem Klick. Also aber exakt zwischen dem Klick. Also es geht, wie ich auch schon eben erwähnte, um die Präzision und weniger um die Geschwindigkeit. So schaut es jetzt aus. Und ich mache es sehr schön. Ich gehe mal auf ihn. Und ich mache es poser, ich mache es earns und jeans. Und ich mache es wie schmeckt. Und ich mache es auch wieder mitumen. Und ich mache es ungefähr mit Pass surprised. Und ich mache es kein Sachen aus. das war schon die erste übung independence 1 die füße gehen spazieren noch nicht so ultra schwer und wie gesagt es geht nicht um die geschwindigkeit ihr sollt jetzt nicht das ganze unbedingt im tempo 300 runter zocken können sondern macht es lieber super präzise und dafür langsamer independence nummer zwei jetzt ändere ich etwas ab jetzt mache ich nämlich immer zwei schläge mit dem rechten fuß und anschließend zwei schläge mit dem linken fuß und zwar so dass ich immer auf dem klick starte und zwar erster klick ist also rechter fuß dann noch mal den rechten fuß dazwischen mache und auf dem nächsten klick beginnt der linke fuß und dann kommt noch mal der linke fuß zwischen den klick dann habe ich eben so genannte doppelschläge also bass bass high high bass bass high high bass bass high high wir bleiben im gleichen tempo tempo 60 präzision vorgeschwindigkeit ich weiß nicht so genannte ich bin da Und das war es auch schon mit Independence Übung Nummer 2. Jetzt kommen wir sogar schon zur letzten Independence Übung für heute. Also Independence Nummer 3 ist eine Kombination aus Independence 1 und Independence 2. Bedeutet, ich spiele jetzt insgesamt 16 Schläge lang Independence 1. Das heißt, 8 mal der rechte Fuß, 8 mal der linke Fuß. Eben im Wechsel sind insgesamt 16 Schläge. Und dann hänge ich diese rechts, rechts, links, links Geschichte, die wir in Independence 2 hatten, auch 16 mal hinten dran. Das heißt, es ist exakt die gleiche Länge. Nur einmal mit Single Strokes gespielt, also rechts, links, abwechselnd. Und einmal mit Double Strokes gespielt, also rechts, rechts, links, links. Für die, die mit Noten werden sich ein bisschen auskennen, ich interpretiere das für mich als Achtelnoten. Das heißt, ich spiele zwei Takte lang Achtelnoten rechts, links, abwechselnd. Und dann zwei Takte Achtelnoten rechts, rechts, links, links. Und dann starte ich die Sequenz wieder von vorne. Wir bleiben in Tempo 60. Präzision vor Geschwindigkeit. Und jetzt kommt Independence Nummer 3. 1, 2, 3, 4. Und dann starte ich das. Untertitelung. BR 2018 Ihr seht, da muss man sich sogar schon ein bisschen bei konzentrieren. Das läuft nicht mehr ganz so easy wie Independence 1 und Independence 2. Aber sehr, sehr gute Grundlagenübung, um mal die Füße ein bisschen fitter und unabhängiger zu bekommen. Bitte achtet auch meine Trainingsempfehlung. Ich sage ja immer, sucht euch ein Tempo eurer Wahl. Aber achtet darauf, dass ihr euch das nicht zu schnell aussucht. Wem das jetzt hier alles zu langsam war, der kann es natürlich gerne schneller machen. Ihr müsst auch den linken Fuß nicht auf der Hi-Hat haben. Ihr könnt auch, wenn ihr eine Doppelfußmaschine habt, das Ganze natürlich auch mit einer zweiten Bassdrum machen. Das sind auch keine schlechten Sachen. Die Bassdrum verhält sich ein bisschen anders als eine Hi-Hat. Also da möchte ich euch natürlich keine Vorschrift machen. Es geht einfach nur um die Patterns an sich. Das war die Craig Blandell Independence Exercise Warm-Up Übung Nummer 1. Nächste Woche folgt Warm-Up Nummer 2. Und dann kommen auch die Hände ins Spiel. Wir sehen uns. Macht's gut. Bis dann. Euer Tivo. Ciao.